servus und hallo zu einem neuen video auf meinem kanal fränkisch bayerisch international kochen mit sandra heute gibt es grautnudeln für die grautnudeln benötige ich ein buddherschmalz eine knoblauchzehe eine zwiebel kümmel braunen zuckerbrühe ein schuss essig salz pfeffer einen kleinen krautkopf kleine nudeln also ich habe jetzt fleckerlnudeln genommen aber ihr könnt auch andere kleine nudeln nehmen wir beginnen damit dass wir unser kraut schneiden weil das kraut dann ein bisschen durchziehen muss ich zeige es euch dann den strunk schneiden raus ich zeige euch die stücke mal von nahen so circa eineinhalb auf eineinhalb zentimeter so dann ist der kohl schon mal vorne und den salze ich jetzt und dann wird er durchgeknetet dass das schon mal ein bisschen wasser zwingt und weich wird schön durchkneten dass überall salz hinkommt und das macht den kohl weich das merkt ihr dann auch beim kneten wie der langsam weich wird so den lassen wir jetzt einfach stehen und dann machen wir weiter jetzt putze ich mir die zwiebeln und auch noch den knoblauch jetzt drücke ich mir leicht an dann kann ich die schale ganz leicht entfernen so den knoblauch reibe ich mir ihr könnt den knoblauch auch pressen oder klein hacken mit dem messer das könnt ihr machen wie ihr gerne möchtet und die zwiebel schneide ich mit stücke und mache die dann mit meiner kleinen küchenhelfer schön klein das ist jetzt schön klein und fein das war es jetzt mit vorbereitungen ich gebe die putterspalze in meinen topf rein und erhitze mir das jetzt gebe ich den zucker rein und karamellisieren mit ihm er müsste dabei bleiben weil das gar nicht anbrennt schön rühren die ganze zeit weil das nicht anbrennt die genauen zutaten schreibe ich euch ins rezept und das rezept findet ihr am schluss des videos wer das rezept jetzt nicht vegetarisch haben will der kann auch am schluss noch einen ausgelassenen bacon obendrauf machen also einen gebratenen bacon obendrauf das wäre auch denkbar bei uns gibt es einen Schmandhut obendrauf mit ein bisschen Petersilie also wir essen heute kein fleisch dazu mein zucker hat sich jetzt schön aufgelöst jetzt gebe ich die zwiebeln mit hinein und karamellisieren die gleich jetzt gebe ich gleich das grau dazu und lasse das beide schön andünsten bei mir wird es heute ein One-Bot-gericht wir machen alles zusammen auch die Nudeln kommen dann mit rein das karamellisieren gibt den ganzen so eine ganz besondere Note Geschmacksnote das lassen wir jetzt schön andünsten jetzt kommt der Knoblauch mit rein den ich gerieben habe jetzt wird sich das schon mal mit kümmeln gebe ein schuss weißweinessig dazu gebe meine Nudeln dazu und gebe die Brühe hinein so schaut es gut aus die Nudeln sollen leicht bedeckt sein ich gebe noch einen Deckel darauf und lasse es jetzt ca. 10 Minuten kochen 5 Minuten sind vergangen ich schaue mal rein wie weit meine Nudeln sind das kocht wunderbar ich rühre einmal durch und jetzt kann es weiter kochen jetzt schauen wir mal rein wie weit unsere Nudeln sind schaut schon recht gut aus ich probiere mal einen die sind fast fertig ich würze es mal als erstes mit Pfeffer den Kümmel habe ich ja schon dran dann mit Salz und was ich vergessen habe dazu zu stellen ist ich gebe noch Paprika mit rein vermische das ganze nochmal und dann probiere ich nochmal da davon alle noch ein bisschen was hin durch das Karamellisieren und den Essig hat es echt einen besonderen Geschmack verrühre das ganze nochmal würzen macht ihr natürlich so wie es ihr gerne habt so ich probiere nochmal so finde ich es sehr lecker ich werde euch jetzt noch ein schönes Dellerbild anrichten und davon ein Foto machen und ansonsten sind meine Krautnudeln jetzt fertig ich würde noch einen grünen Salat dazu empfehlen oder einen Gurkensalat das schmeckt sehr lecker dazu bei uns gibt es heute einen grünen Salat dazu ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen tschüss bis zum nächsten Mal dann geht der